Yo meine Gamma-Freunde, was steht mir wieder am Start für euch und willkommen zurück zu einer neuen Folge Big Picture! Oh yeah Freunde und wir kommen heute zu einer Special-Folge. Ihr habt ja beim letzten Mal schön in die Kommentare reingeschrieben, beziehungsweise die Folge davor, was denn für ein Thema drankommen soll. Denn ich mache ja immer bei Folge 5, Folge 10, Folge 15, Folge 20 und 25 und so weiter. Ja, Special-Folgen und ja, es war wieder soweit und das Thema hieß Yacht bei Nacht und jetzt viel Spaß! Chris BT98 macht heute den Anfang unserer Special-Folge. Im ersten Moment ist die Yacht nur schwer zu erkennen, denn in seinem Bild sieht man nur diesen Bereich vom Bug des Schiffes. Ein sehr schönes Big Picture kommt vom VIN-TV. Er wendet sogar einen sehr wichtigen Trick an, vielleicht unbewusst. Aber er stellt prima seine Yacht nicht in den Mittelpunkt und nutzt somit den goldenen Schnitt der Fotografie. Krieger 4711 schießt hier ein Foto von sich selber, im Hintergrund sein Auto zu sehen und eine teure Yacht. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob es seine ist oder die von einem Freund oder sogar von einem Lobby-Spieler. Besonders viel Mühe hat sich HNNC gemacht, denn da, wo eigentlich ein Helikopter stehen müsste, parkte er einfach mal sein eigenes Auto. So wird seine Yacht schon fast zur Nebensache. Ein klassisches Foto machte, wenn das richtig ist, sehr schön zu erkennen, seine Yacht-Beleuchtung, die er extra für uns angemacht hat. Ganz klein kann man noch erkennen, wie er sein Yacht-Baby genannt hat. Super geiles Foto. Wow, yeah, Freunde, das waren meine 5 Big Picture. Ihr habt euch wieder richtig viel Mühe gegeben. Finde ich echt immer geil, wenn ich wirklich sehe, da steckt was dahinter und das wurde extra für mich gemacht. Ich würde ja echt gerne öfters so Themen wählen, aber leider bekomme ich nicht so viele Einsendungen. Also wenn ihr da aktiver werdet, dann können wir auch gerne mal öfters solche Themen machen. Ihr könnt es auch gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob ich nicht mal euch so ein Tutorial-Video machen soll. Ich soll das ja noch bei dem Editor machen, aber ich kann euch ein paar Tipps geben, wie ihr geilere Bilder hinbekommt. Und wenn ihr das wollt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Vergesst ihr auf jeden Fall jetzt nicht euer Lieblingsbild zu wählen, wieder oben abstimmen oder das Ganze einfach in die Kommentare reinzuschreiben, denn da kommt ein Gewinner bei raus und den küren wir jetzt. Und das war, Freunde, Bild Nummer 4. Ja, wer hätte das denn gedacht, Freunde? Bild Nummer 4. Einen fetten, fetten Glückwunsch an dich. Also irgendwie sind es immer die höheren Bilder, aber jetzt in der Staffel habe ich, ja, wir denken, dass das eher eine niedrigere Nummer wird, denn ich habe da schon so mein Favoriten-Bild dabei. Mal gucken, wie ihr so abstimmt. Hoffentlich hat euch diese Folge gefallen, Freunde, und ja, schaut auf jeden Fall nachher bei meinem Livestream um 20 Uhr vorbei. Würde ich mich freuen, wenn ihr ein bisschen mitzockt und dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen, Freunde. Also wieder alle Bilder dürft ihr einschicken, was ihr wollt. Ich freue mich auf eure Einsendung. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschö, wieder bei Studio.